Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Nach der letzten Episode, in der wir so semi-erfolgreich waren, wollen wir heute wieder angreifen. Und ich habe gerade zunächst einmal diese unfassbar komische Nachricht hier gelesen. Und zwar hat Newcastle United sich einen Bärendienst erwiesen. Die Frustration, die Newcastle United Neuzugang, Florian Thauvin entgegenschlägt, ist langsam nicht mehr zu übersehen. Die Fans hatten große Erwartungen an ihn geknöpft, aber bisher wies sich der neue Mann als Fehlinvestition. Er hat Rückendeckung und er gibt sich wirklich Mühe und es ist nicht einfach, sie zurechtzufinden. Ich habe gar nicht gemerkt, dass der so schlecht war. Haidara fällt drei Wochen aus, das wissen wir ja schon länger. Das ist jetzt gerade ein bisschen überraschend für mich, aber gut, offenbar sind die Fans ja unzufrieden. Ups, nein, ey, das war jetzt aber asozial. Das war nämlich nicht geplant, ich habe nämlich A gedrückt, das habe ich dann aber nicht akzeptiert. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal raus, trainiere kurz und melde mich danach wieder. Bis gleich. So, Freunde, ich habe nur das mit Pato gemacht, weil ich mir bei der Übrigen mal relativ sicher bin, dass ich die deutlich besser kann. Die anderen, ja, die sind so, das ist halt unrealistisch, wenn da jedes Mal ein A steht, weil das ist dann einfach ein bisschen zu aber vor. Deswegen simulieren wir das Ganze und schauen mal nach, wie sie unsere Spieler auch so schlagen. In meinem simulierten Karrieremodus, OD bei Thauvin, das heißt, er ist nicht gut drauf, die anderen gehen aber. Gerade Sisoko hat seine Fernschüsse verbessert, sieht nice aus. Ja, in meinem simulierten Karrieremodus, bei dem ich momentan bei Lidl bin, nachdem ich bei QPR gestartet war, mache ich das auch so, dass ich das Ganze alles simuliere. Halt auch das Training und das funktioniert auch ganz gut. Von daher ist das, denke ich mal, nicht so das Problem, wenn wir das hier auch teilweise so handhaben. Ihr seht es ja sowieso nicht so gesehen, ist das also vollkommen egal. Stefan Lex ist hier der neue Spieler, der so semi-interessant ist, eigentlich überhaupt nicht. Genauso wenig wie Touré. Okay, Enrique schon eher nicht so krass, aber nicht schlecht. Deswegen lassen wir mal auf die Beobachtungsliste. Ja, wir spielen gegen Watford heute, das heißt, wir spielen zunächst einmal gegen Aufsteiger. Danach, gegen wen spielen wir danach? Danach geht es gegen, aha, danach geht es im Pokal gegen Colchester United. Das wird ja auch noch diese Episode sein, genauso wie das Spiel gegen Chelsea. Das heißt, wir haben heute Aufsteiger, Top-Club und unterklassiges Pokal-Team. Das wird also eine sehr, sehr gute Episode, würde ich mal sagen. Bell Tram haben wir fertig gestautet, das ist aber absolut nicht interessant. Von daher, lassen wir das ganze Zeitstelle in England, gucken wir uns noch ganz kurz an. Kobe Arthur, Ryan Fraser, Raheem Sterling, Patterson, den gucke ich mir mal an. Genauso wie Nathan Redmond, Bennett und Gray. Dann machen wir schon, okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal die Aufstellung für unser erstes Spiel in dieser Episode. Eigentlich kann die fast so bleiben, würde ich sagen. Abgesehen davon, dass wir Thorvan seine Chance geben. Denn die Braucher, der braucht jetzt Vertrauen. Colbeck, ja, der muss ja quasi spielen, weil Heidara verletzt ist. Ist ja aber auch nicht schlimm, der macht seine Sache bisher ja ganz gut. Perez könnte man mal auf die Zehen stellen, aber ich will, weil Neidum auch nicht rausnehmen. T.O.T. wollt ihr spielen lassen, ne? Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Der spielt nur rechtes Mittelfeld, ne? Kann auch nur rechtes Mittelfeld. Kann der linkes Mittelfeld? Nein. Can kann Innenverteidiger. Can kann aber auch eingewechselt werden. Wir wechseln Can einfach mal ein und packen T.O.T. rein. Bin mal gespannt, das funktioniert bestimmt auch irgendwie. Ich würde sagen, wir gehen dann rein in das Spiel gegen Watford, holen uns die drei Punkte und wir sehen uns gleich wieder. Aufsteiger Watford war extrem gut in die Saison gestartet und wollte diese Überraschungsserie, die sie momentan haben, auch weiter gegen Newcastle United fortsetzen. Auswärts im St. James' Park natürlich keine leichte Aufgabe. Allerdings stehen sie zumindest momentan noch in der Tabelle vor den Magpies. Das wollten die Magpies selber natürlich heute ändern, aber wir werden sehen, wie das Ganze funktioniert. Zwei Punkte trennen die beiden momentan das bessere Tor, weil das hat Newcastle schon. Das heißt, ein Sieg würde reichen, um an den Elchen vorbeizuziehen. Die in gelb-schwarz Newcastle natürlich wie immer im weiß-schwarzen Elster-Dress mit den Längsstreifen auf dem Trikot. Und beide Aufstellungen sehr, sehr stark an sich. Der Spieler im Fokus bei Newcastle United, Giorgino Veynaldum, der zusammen mit Alexandre Pato momentan eventuell der beste Spieler bei den Newcastlern ist. Ist momentan gerade in der Offensive nicht so einfach bei denen. Allerdings sind diese beiden, der niederländische Neuzugang und der brasilianische Neuzugang, sehr, sehr gut mit von der Partie. Wir schauen einfach mal drauf. Im Tor haben wir Tim Krüll davor, Daryl Janmuth, Charles Mbember und natürlich auch noch Florentin Pogba. Dann noch Jack Kovac, Moussa Sissoko und T.O.T. auf der 6. 4th of War, Aarons Veynaldum und eben Alexandre Pato als einzige Sturmspitze. Auf der anderen Seite, während wir nochmal kurz darüber reden, dass Emre Cano auf der Bank saß. Das war der Fall, weil T.O.T. sich in den Vordergrund gespielt hatte im Training. Gomez im Tor, davor Niyom, Ketchard, Velkalem und José Hollebas. Dann auf der Doppelsechs Kapoe und Claudio Jacob. Davor Victor Ibarbo, Juan Jurado, der ehemalige Schalter, Alessandro Diamanti und Troy Dini als einzige Spitze im Diamantensystem von Watford. Also, Chaik T.O.T. heute mit von der Partie. Er hatte gefordert, in die Startelf zu kommen, hatte gut trainiert und hatte dementsprechend seinen Willen auch bekommen. Und es war allerdings ein Spiel auf Augenhöhe und zwar über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Newcastle fand nicht so wirklich statt. Allerdings, dann nach 5 Minuten der erste Durchbruch und zack kommt der Pass von Pato auf Veynaldum 1 zu 0. So schnell kann das gehen. Direkt der Niederlande mit der ersten Chance, mit der ersten Annäherung überhaupt auf irgendeins der beiden Tore. Mit der Führung bis zu diesem Zeitpunkt nur Mittelfeldgeplänkel, nicht mal in der Nähe des 16ers. Der beiden Teams war irgendwas passiert. Und dann kommt der eine Pass und zack, steht es 1 zu 0. Da kann Watford überhaupt nichts machen. Und das war natürlich ein Start nach Maß für die McPies, die genauso weitermachen wollten. Allerdings passierte absolut gar nichts mehr. Das Spiel verflachte zusehends. Und wenn es nochmal Konterschancen gab, dann sah das ungefähr so aus. Hier Alessandro Diamanti und das war eigentlich nie im Leben faul von Chancel Mbemba, dem kongolesischen Neuzugang vom RSC Anderlecht. Allerdings gibt es den Freistoß und das war, ja, man mag es nicht glauben, die größte Chance des FC Watford in der ersten Halbzeit. Der bereingebar von Jurado. Also, und so sah das Ganze dann aus. Kurz vor der Halbzeit nochmal eine Chance für Newcastle. Wie gesagt, es gab nicht viele Strafraumsszene. Absolut keine Highlights in dieser Partie. Abgesehen vom Tor noch mal eine Flanke. Die wird abgewehrt. Nochmal Thorvan mit dem Flankenversuch. Und Eurelo Gomez, der ehemalige Hoffenheimer, ist da. Und mit dem 1 zu 0 ging es dann in die Halbzeit. Der Aufsteiger hatte sich bisher absolut nicht so gut präsentiert wie bisher. Newcastle hatte allerdings auch sehr, sehr schwach und sehr limitiert gespielt, gerade was das Spielerische angeht. Und dementsprechend waren sie sehr glücklich mit diesem einen Torvorsprung in die Pause zu gehen. Giorgino Vinaldo machte wieder einmal den Unterschied. In Halbzeit 2 verflachte das Spiel dann aber immer weiter. Und es kam zu noch selteneren Chancen. Und die erste, die hatte so wirklich der FC Watford. Und das nach 75 Minuten. Also geschlagene halbe Stunde, war nichts passiert. Und dann kam dieser Ball auf außen von Igalo auf Jurado. Nee, auf Hollebas. Der liegt raus auf Jurado. Und der flankt einfach mal. Jetzt müssen wir das Spiel nochmal auf Hollebas. Der flankt und da hinten ist Igalo wieder. 1 zu 1. So schnell kann das gehen. Plötzlich der Ausgleichstreffer aus dem Nichts für Watford. Man hatte von denen überhaupt noch nichts gesehen. Das war die erste wirkliche Torchance. Der erste Schuss. Auch nur in Richtung des Tores von Tim Krüll. Und Igalo wird nicht genug bewacht. Und macht dann tatsächlich direkt das 1 zu 1 nach Vorlage von José Hollebas. Es ging weiter. Newcastle versuchte wütend zu reagieren. Goufran eingewechselt mit der Flanke. Pato mit dem Kopfball. Aber das Ganze, ja, er wurde da ein bisschen abgeräumt und irritiert. Deswegen zu hoch angesetzt. Und es blieb weiter mit dem 1 zu 1. Die letzte Chance der Partie dann. In der quasi schon 90. Minute. Florin Tauwau nochmal. Auf den eingewechselten Dix. Der niederländische Neuzugang setzt sich außen durch. Versucht es mit der Flanke in die Mitte. Findet auch den eingewechselten De Jong. Aber sein Landsmann kann diesen Ball zwar nur aufs Tor bringen. Aber halt auch nicht mehr. Als aufs Tor, ins Tor sollte der Ball nicht nochmal. Eurelo Gomez hält also in letzter Minute den Sieg. Auch wenn es nicht so schwierig war. Nicht fest den Sieg, sondern das Unentschieden. Fest für den FC Watford, die weiterhin von Newcastle in der Tabelle stehen. Und weiterhin ideal gestartet sind. Das läuft richtig gut bei den Männern. Und bei Newcastle muss man sich wundern. Gegen die Top-Teams spielen sie richtig gut. Und gegen die etwas schwächeren, vermeintlich schwächeren Teams. Da stehen sie überhaupt nicht gut da. Wie das die nächsten Wochen werden wird, werden wir sehen. Denn jetzt spielen sie im Pokal gegen Colchester. Und danach gegen den FC Chelsea. Das heißt, vielleicht sehen wir da wieder eine Leistungssteigerung. Oder halt auch nicht. Wir sind gespannt. Für den Moment steht erstmal Watford nach dem 1-2-1-Unentschieden im St. James' Park. Das leistungsgerecht auf jeden Fall war. Weiterhin vor Newcastle United in der Tabelle der Barclays Premier League. Verhaspelt er sich am Ende nochmal. Nice. Mache ich jetzt trotzdem nicht nochmal neu. Also das Spiel war sehr, sehr langweilig. Und ich kann euch auch jetzt schon sagen, die nächsten beiden Spiele, ich weiß nicht, was da los war. Mag am Patch liegen. Irgendwie ist das, was das Chancentechnische angeht, nicht mehr so geil. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt so wirklich. Weil an sich ist das Spiel ja gerade im Karrieremodus sehr, sehr gut. Das habe ich ja bereits angesprochen. Aber ich habe keine Ahnung. Irgendwie diese spielerische ist in dieser Episode sehr kurz gekommen. Es gab sehr wenige Highlights. Und ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich habe eigentlich nichts anders gemacht als vorher. Aber vielleicht hat es irgendwelche ominösen Gründe doch noch gehabt. Wir spielen, wie bereits angesprochen, gegen Colchester im Pokal. Und zwar im Capital One Cup. Natürlich nicht im A-Cup. Der fängt ja erst später an in England. Das ist immer so ein bisschen verwirrend. Ich wäre übrigens fast, das ist so eine kleine Randinfo, zum Capital One Cup gefahren. Ein Kumpel von mir war momentan in der Nähe von Tausamten. Und die spielen gegen Aston Villa. Und der Ticket so unfassbar günstig ist, dachte ich mir, ich fliege da einfach mal rüber, besuche den. Und gehe zum Pokalspiel. Wäre auch alles drin gewesen. Allerdings, na was soll ich sagen. Er ist gerade zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Bitter, bitter, bitter. Jetzt haben wir mal so ein bisschen was meinem Leben erzählt. Und machen weiter mit Newcastle United. Aktuell ist aus Frankreich, haben wir hier. Allerdings muss ich sagen, dass wir ja außerhalb der Transferperiode sind. Deswegen ist das alles nicht so interessant. Es gibt allerdings einen Spieler, für den ich mich extrem interessiere. Aber das ist Hamuma. Eventuell erkenne ich einige von euch. Der spielt bei ASSE Saintyan. Und ist ein richtig, richtig guter Spieler. Nicht nur ein Ultimate Team, sondern anscheinend auch im Karrieremodus. Und deswegen würde ich mich extrem freuen, wenn ich den verpflichten könnte. Aber wir werden einfach mal sehen, ob das in der Winterpause klappen wird. Ob wir da Bedarf haben. Oder ob wir auf den Flügel mit Zaha, mit Aarons und mit Thawar schon gut genug aufgestellt sind. Goufran war ja auch immer noch. Also theoretisch haben wir da schon genug Optionen. Wir machen erstmal die Aufstellung für das nächste Spiel. Wir packen unter anderem Can rein. T.O.T. wird, glaube ich, auch spielen von Anfang an. Das ist auch so ein Punkt, den ich wirklich angesprochen habe in der Episode. Jetzt ist es im Spiel gerade, weil es stimmt. T.O.T. hat sie nicht im Training aufgedrängt. Aber er wollte spielen. Und er hat gut gespielt jetzt gerade in dem Spiel. Und deswegen, jetzt gerade weil es Pokal ist und da sowieso die BL steht. Und normalerweise ist er halt nicht gesetzt auf A6. Kriegt er jetzt auch wieder seine Chance. Ich bin gespannt, wie das werden wird. Ich weiß übrigens nicht, ob der in der Realität verletzt ist. Bei Comunio hat er ein Marfa von 140.000. Weiß nicht, was da los ist. Wenn das einer von euch weiß, schreibt es bitte mal in die Kommentare. Ich werde es bestimmt nachgeguckt haben. Aber trotzdem würde mich das auf jeden Fall mal interessieren. Wir spielen also, wie gesagt, mit B11 gegen Colchester. Im letzten Jahr ist es immer wieder zum Verhängnis geworden. Fast, denn im Pokal, der hat seine eigene Gesetze auch in England. Und im Karrieremodus besonders. Und die könnte immer wieder gefährlich werden. Ob das diesmal der Fall sein wird, werden wir erst mal sehen. Ich könnte es mir vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Runde. Das ist Capital One Cups gleich wieder. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und genau das wollte sich Colchester United zum Vorteil machen. Gegen die deutlich favorisierten Magpies. Gegen das deutlich favorisierte Newcastle United. Der Stadion natürlich ausverkauft. Obwohl es unter der Woche war, waren viele Fans ins kleine Stadion von Colchester gekommen. Und wollten sich die Stars von Newcastle mal angucken. Allerdings wurden viele geschont. Und trotzdem selbst die BF natürlich relativ nah macht. Wir gucken da gleich mal drauf. Zunächst einmal Colchester im Tor-Walker. Davor Brindley, Winter, Eastman, Briggs. Und das Ganze war dann die Viererkette. Auf der Sechs haben wir alles nur No-Names. Da haben wir keine wirklichen Spieler, die man unbedingt kennen muss. Die einzige Sturmspitze, Warta. Die ist nochmal vielleicht ein bisschen interessant. Ob das Ganze wichtig war, sehen wir später. Kröldix, Colocini, Pogba und damit in der Verteidigung bei Newcastle. BF, wie gesagt. Auf der Sechs dann Emre Can und Tioté. Davor Wilfried Zaha, Sime de Jong als Stürmer. Alexander Mitrovic und auf der linken Seite Joan Goufran. Also trotzdem natürlich Stars bei Newcastle United mit von der Partie. Und wir springen einfach mal rein in die erste Szene, nachdem der Schiedsrichter die Partie angepfiffen hatte. Und es war, genauso wie bereits im Spiel zuletzt gegen den FC Watford, eine sehr schwierige Angelegenheit. Eine sehr zähe Angelegenheit für Newcastle, die Offensiv-Kreativität vermissen ließen. Und erst nach einer langen, langen Zeit überhaupt mal in Richtung des Sechzehners, beziehungsweise in den Sechzehner von Colchester United reinkam. Wir schauen da in die Situation einfach mal hinein. Und das ist nach knapp 40 Minuten erst der Ball kommt außen auf Dix, den niederländischen Rechtsverteidiger. Flanke in die Mitte, wird zunächst mal abgewehrt und rausgeköpft. Allerdings gibt es einen Einwurf. Und jetzt hat sich Newcastle so ein bisschen um den Strafraum rumpostiert. Wie eine Handballmannschaft könnten sie außenrum spielen. Machen das Ganze aber nicht, sondern versuchen den Ball irgendwie direkt reinzukriegen. Funktioniert aber nicht so wirklich. Emre Can dann nochmal. Ja, versucht es, muss wieder abbrechen. Legt den Ball mal raus auf Mitrovic und geht weiter in die Mitte. Mitrovic mit dem Pass und da ist Emre Can. Mann, der Kopfball an den Pfosten. Die erste richtige Chance der Partie. Und das war gleich eine richtig gute Schöne von Mitrovic. Und Can Mitrovic versucht den Ball nochmal in die Mitte zu bringen. Funktioniert aber nicht ganz. 45. Minute dann mal wieder Newcastle auf dem Vormarsch. Der Ball kommt hier zu 7. Der Jong, der legt ihn raus auf Wilfried Zaha. Volley-Versuch. Und das Ganze abgewehrt. Jetzt hat Newcastle ein bisschen Morgenluft geschnuppert und wollte mehr. Die Ecke reingebracht vom starken Emre Can. Der beste Mann auf dem Platz bis zu diesem Zeitpunkt. Und da ist Czaik Tioti unbedrängt im 16.1 zu 0. 45. Minute. Die Nachspielzeit. Vermeintlich der Pluspunkt für Newcastle. Denn hier war Colchester nicht mehr konzentriert. Er hat sich wohl auf die Halbzeit schon gefreut. Und im Endeffekt ist niemand beim Sechster von der Elfenbeinküste. Und der hatte sich durch starke Trainingsleistungen erst zuletzt in die Startelf gespielt. Und rechtfertigt hier gleich mal seinen Platz. Und macht das 1 zu 0 kurz vor der Halbzeit. Damit ging es dann auch in den Pausentee. Beziehungsweise zum Pausentee. Der Schiedsrichter fiff die Partie pünktlich nach 3 Minuten Verlängerung ab. Und Newcastle führte die mitgereisten Fans. Waren natürlich sehr sehr freudig darüber. Allerdings, ja, ihre Mannschaft war nicht sonderlich gut dabei. Sie spielte nicht sonderlich stark. Und das änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht. Die McPie ist in der Offensive sehr sehr schwach und limitiert. Zum Glück hatte Colchester selber keine wirklich großen Chancen. Das war in gewisser Weise noch ein Vorteil. Denn wenn der 2. Ligist, der 3. Ligist, absolut nicht nach vorne kommt. Dann muss sich Newcastle auch nicht sonderlich anstrengen. Wernaldum versucht es hier mal. Schöner Versuch. Es war nicht Wernaldum, sondern Saha. Wernaldum überhaupt nicht mit von der Partie. Aber der englische, ja, Jungnationalspieler scheitert am gegnerischen Keeper. Wir gehen in die 78. Minute. Und da haben wir nochmal einen Vormarsch. Und zwar von Ayose Perez mittlerweile eingewechselt. Der spanische ebenfalls Jungnationalspieler setzt sich klasse durch. Außen gegen Eastman. Und kriegt den Einwurf dabei raus. Und was soll man sagen? Wir sehen. Es bietet sich keiner so wirklich an. Keiner hat wirklich Lust. Und dann muss es im Endeffekt Ayose Perez vielleicht auch alleine machen. Und das versucht er jetzt hier auch. Macht den Pass erstmal raus auf Dix. Kriegt den Ball dann nochmal zurückgespielt. Sehen wir jetzt hier. Wunderbar gemacht vom Niederländer. Und dann versucht er es mit dem Doppelpass mit Saha. Saha in den 16er. Und es ist eigentlich ein Foul da. Allerdings nicht gefiffen. Kein Elfmeter für Newcastle. In der Wiederholung konnte man sehen. Das war eigentlich ein Elfmeter. Aber so blieb es beim 1-0. Perez dann nochmal alleine auf eigene Faust. Wird hier wieder gefoult. Allerdings diesmal auch der Ball wohl mitgespielt. Und dementsprechend zu Recht kein Elfmeter. Es war die letzte Aktion der Partie. Wenige Chancen auf beiden Seiten. Colchester mit einem einzigen Schuss. Und der ging nicht mal aufs Tor. Das heißt sie sind ausgeschieden. Und das relativ sang- und klanglos aus dem Capital One Cup. Newcastle ebenfalls sang- und klanglos. Aber weiter. Die Effektivität durch Schalk-Tiot hat im Endeffekt den Sieg gebracht. Was natürlich gut ist für die Magpies. Denn so sind sie zumindest schon mal. Beziehungsweise haben sie die Chance. Das nächste Mal spielerisch besser zu machen. Der Evora hat sich in die Startelf gespielt. Und somit wohl auch ein bisschen. Zumindest zunächst einmal in die Herzen der Fans. Colchester fliegt also zu Hause mit 0 zu 1 raus. Im Pokal aus dem Capital One Cup gegen die schwachen, allerdings im Endeffekt auch noch siegreichen Männer von Newcastle United. So Freunde, das war würde ich sagen eine relativ einfache Aufgabe an sich. Trotzdem wenn wir das souveräner lösen können, haben wir nicht gemacht. Aber macht ja auch nichts. Denn wir sind eine Runde weiter. Und von daher soll das Ganze so laufen. Wir haben mit einer B11 gespielt. Ich habe gerade leider Gottes vergessen das Ganze zu kommentieren. Das tut mir irgendwie so ein bisschen leid. Ich habe es einfach verpasst, dass ich das momentan live mache. Tut mir wie gesagt leid. Aber ich denke mal das ist auch nicht so schlimm. Weil es war ja jetzt nicht so viel, was wirklich passiert ist zwischen dem Pokalspiel und dem letzten Ligaspiel gegen Watford. Was ich dazu noch sagen kann. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass die vor uns in der Tabelle stehen. Und die haben dann durch ihre Effektivität einfach einiges wieder wettgemacht. Was sie normalerweise eventuell nicht an Qualität haben. Das heißt, wir sind momentan Neunter. Können mit einem Sieg gegen Chelsea jetzt weiter nach vorne rücken. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Chelsea momentan als Zweiter hinter der ersten Villa. Es wird schwierig. Trotzdem an sich möglich. Und wenn wir 5-0 gewinnen. Ne, wenn wir 3-0 gewinnen. Wenn wir 3-0 gewinnen. Dann ziehen wir an den Vorbein. Und gegen Arsenal. Wie haben wir da gewonnen? Richtig. 3-0. Ich würde sagen, ich trainiere noch eben. Dann wollen wir die Aufstellung. So Freunde. Partour auf 81 gegangen. Und den Rest würde ich sagen simulieren wir mal wieder. Durchsetzen bei Thorvan. Dann haben wir El Rondo bei Sisoko. El Rondo bei Murecan. Beide ist natürlich unterschiedlich. Einmal defensiv. Einmal Passspiel. Und einmal noch defensives 1 gegen 2. Für Chancel Mbemba. Mal sehen, was da so bei rauskommen wird. Ich bin gespannt. Und D, C, C und D. Naja. Geht besser. Aber trotzdem zwei Stat-Upgrades bei Murecan. Das ist also gar nicht mal so schlecht gelaufen. Es geht immerhin noch schlechter. Wir simulieren weiter. Haben ein aktuelles aus Italien zu bearbeiten. Bevor wir zum Spiel gegen Chelsea gehen. Pato möchte gerne spielen. Ist logisch. Wird er auch? Ja, ja. An sich. Obwohl. Farias habe ich jetzt nicht beobachtet. Wäre vielleicht nicht so uninteressant gewesen. Aber was soll's. Ich würde sagen, wir machen mal die Ausstellung. So. Pato kommt rein mit seiner hohen Form. Sisoko kommt rein für Can. Da machen wir De Jong wieder raus. Da machen wir Janmann wieder rein. Da machen wir Coluccini wieder ganz raus. Pogba hat seine Form schon wieder überwunden. Ähm, Colbeck. Ja, geben wir nochmal eine Chance auf links. Ähm, im Tor bleibt Krüll natürlich. Äh, links packen wir dann wieder. Mh, 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 mh. Pauvin, Arenton. Ja. Goufra geht auf die Bank für Roberts. Und Pauvin bleibt draußen für Saha. Nein. Äh, geht ins rechte Mittelfeld. Saha kommt auf die Bank. Für Mavou. Äh, da haben wir quasi die gleiche Aufstellung wie gerade eben. Ähm, abgesehen davon, dass Sisoko und T.O.T. getauscht. Ach, T.O.T., ja, stimmt. Hab ich ganz vergessen. Ja, der spielt halt von Anfang an. Hat sich ja auch gut gemacht. Hat er das Tor geschossen im Bukai. Dann muss er auch die Belohnung kriegen. Und spielt gegen Chelsea. Hoher Druck ist unsere Devise. Wir schaffen das schon. Drei Punkte. Auf geht's. Hoher Besuch aus London im St. James' Park. Der FC Chelsea war zu Gast. Der Champions League-Sieger von 2012 erwartete die McPies. Und sie wollten natürlich unbedingt drei Punkte aus dem St. James' Park entführen. Allerdings hatte sich Newcastle bereits gegen einen anderen Londoner-Club. Und zwar gegen den FC Arsenal. Ja, auch ein Top-Team. Extrem gut präsentiert. Und heute wollten sie das genauso machen. Allerdings diesmal gegen den aktuellen Tabellenzweiten und nicht gegen den Tabellensechsten Arsenal. Das konnte also schwieriger werden. Chelsea mit einer absoluten Top-Elf hier angereist. Wollte die drei Punkte mitnehmen. Überraschungen gab es bei Newcastle in der Aufstellung nicht so wirklich. Abgesehen von Sjaik Tioté. Der nachdem er im Pokal aktiv war, wieder in der Startelf stand. Das natürlich gar nicht mal so schlecht. Zwei Gegentore stand bisher zu Buche für den FC Chelsea. Die sind auf Platz 1 in dieser Tabelle. Auf Platz 4 bereits Newcastle United. Das spricht eigentlich dafür, dass eine Defensivschlacht wurde. Und das sollte es auch werden. Es gab wenige Chancen, aber wir werden sehen, wie das Spiel gelaufen ist. Krillian, Mademba, Pogba, Colbeck. Die Standard-Defensive momentan, nachdem sich ja Massio Haidara verletzt hatte bei den McPies. Davor Tioté und Sissoko, Thonvan, Arendt, Wijnaldum und Pato in der Offensive. Also auch da keine wirkliche Überraschung. Sahar war wieder rausrotiert auf die Bank. Hat sich ja noch nicht so ganz eingefunden bei den McPies. Das muss auf jeden Fall noch passieren. Der Neuzugang von Crystal Palace bisher nicht so gut dabei. Courtois, Ivanovic, Zuma, Cael und Azpilicueta in der Defensive beim FC Chelsea. Davor dann John Obi, Mikel und Ramirez. Auf den Außenpositionen William und Pedro. Und dann im Sturm mit Diego Costa zusammen als hängende Spitze. Oskar, der Brasilianer, der wollte hier natürlich ja zeigen, was er konnte. Genauso wie sein ehemaliger brasilianischer Landsmann. Ein anderer Brasilianer war Alexandre Pato. Und der stand bei den McPies auf dem Rasen und wollte natürlich gegen seinen Nationalmannschaftskollegen heute beweisen, warum er denn eigentlich auch zu einem größeren Klub als Newcastle United hätte wechseln können. Lee Probert, der Schiedsrichter der Partie, führte die ganze dann auch an. Und es ging los mit Newcastle, allerdings direkt in der Offensive. Normalerweise gegen Top-Teams gerade immer in der Defensive zu finden in der Anfangsphase. Hier direkt mal in der Offensive. Schöner Ball auf Giorgino Wijnaldum. Der legt ihn ab auf Pato. Wie gesagt, der wollte einiges zeigen und versucht hier mal aus 20 Metern mit dem Schuss. Und der prallt gegen das Gestänge hinterm Tor. War also gar nicht so knapp. Kurt Wada ganz lässig. Aber das war auf jeden Fall die erste gute Chance der Partie. Danach mal Chelsea. Die kam auch nicht wirklich nach vorne durch. Hier mal Ivanovic mit dem Ball auf William. Der hat ein bisschen Platz. Wird nicht richtig unter Druck gesetzt von Orlando Aarons. Die Flanke kommt in die Mitte. Und da ist Oskar. Abgewährt das Ganze. Allerdings nochmal zu Ramirez. Und dann ist Emre Chanda. Und es gibt einen Freistoß für Chelsea. Das war in gewisser Weise glücklich. Die Blues haben hier ein bisschen Glück, dass der Schiedsrichter diese Entscheidung trifft. Eigentlich war es kein Gefaul von Giorgino Wijnaldum. Aber so haben sie mit Oskar die sehr, sehr gute Chance. Nach knapp 25 Minuten erholt sie dann auch Pedro mit dazu. Und im Endeffekt schießt sogar Oskar selber. Allerdings kein Problem für Kröhl. Der Ball viel zu zentral auf den Mann. Dann kam Newcastle. Dann kam Thauvin. Und dann kam Alexandre Pato. 1 zu 0. Eine 39. Minute. Plötzlich die McPiles in Führung. Es passierte, wie gesagt, nicht viel. Es war auf beiden Seiten relativ wenig los in den Strafräumen. Und dann kommt Thauvin mit einer wunderbaren Idee. Die Flanke zum Tor hingezogen. Pato komplett frei. Verlängert den Ball. Nur lässt ihn über die Stirn streichen. Und dann hat Courtois keine Chance mehr dabei. Schlägt einen in der langen Ecke. Und es ist das nächste Tor von Alexandre Pato. Konnte sich also direkt mal beweisen. Genau das, was er sich vor der Partie auch im Interview vorgenommen hatte. Konnte er also erfüllen. Chelsea versuchte zurückzukommen, allerdings nicht so noch nicht gefährlich. Das war die größte Chance. So ziemlich, ja, nach dem Führungstreffer. Der Freistoß allgemein die größte Chance für den Chelsea Football Club. Dann versuchte es nochmal Pato. Allerdings scheiterte er hier an der Defensive. Und es war dann auch Halbzeit. Newcastle mit der Führung. Chelsea bisher noch absolut nicht gefährlich. War das etwa wieder genau die gleiche Chance gegen die Londoner Teams? Gegen Arsenal gab es ja einen 3 zu 0 Sieg. Und jetzt führte man gegen Chelsea. Das war alles andere als normal. Das war deutlich überraschend, dass Newcastle hier so gut mitspielte, beziehungsweise so gut Druck machte auf den FC Chelsea. Aber das ist genau dieses Spiel, was Trainer MGT reingebracht hat. Das Pressing auf die Defensive bereits, die Defensivkette von Chelsea. Und das sehen wir jetzt hier mal. In der 66. Minute der Ball kommt hier zu Alexander Pato. Der versucht sich durchzusetzen, verliert den Ball, allerdings direkt wieder erobert. Can versucht es nochmal, verliert ihn ebenfalls. Aber trotzdem kommt Chelsea gar nicht erst hinten raus. Es passierte allgemein nicht viel, weil Chelsea halt defensiv auch sehr gut war. Ließen nicht viel zu, kam aber auch nach vorne. Absolut nicht zur Entfaltung, denn Newcastle stellte die Wege früh zu. Es gab keine Anspielstation. Hier müssen sie wieder hinten rum spielen. Nochmal der Ball auf Kurt Zuma. Und wenn da mal ein Antritt kam, wie hier von Ivanovic, dann war es schneller an der Zustelle, wie beispielsweise in diesem Fall Wijnaldum. Und das Ganze wurde relativ schnell wieder entschärft. Der Konter von Newcastle ist dann allerdings auch wieder unterbunden, wie wir jetzt hier gleich sehen werden, vom FC Chelsea. Es war ein Spiel im Mittelfeld. Es war viel geplänkt. Es gab wenige Chancen. Und dementsprechend können wir leider auch nicht so viel zeigen, wie wir gerne wollten. Es gab halt einfach absolut keine Highlights in dieser Partie. Wir gehen nochmal in die absolute Schlussphase. Da versuchte es dann nochmal Chelsea mit einem Wechsel. Auf der anderen Seite ging auch Pato vom Platz. Doppelwechsel bei den McPies. Es kamen sowohl Ayose Perez als auch Wilfried Sahar. Das heißt nochmal ein bisschen offensives, ja kreatives Potenzial. Allerdings, ja, versuchte das auch Chelsea. Ses Fabregas für John-Oi Mikel. Das heißt, der Spann noch mal ein bisschen offensiver. Und es kam tatsächlich nochmal zu einer einzigen Chance für die Blues. Und das Ganze in der 85. Minute. William mit dem Ball nach außen auf Oskar. Der wollte ja zeigen, was er kann in dieser Partie gegen seinen Landsmann Pato. Flanke kommt. Und da ist Cahill mit dabei. Krüll ist da. Es war ohnehin abseits. Und das war die größte Chance im zweiten Durchgang für den Chelsea-Football-Club. Mehr passierte. Nicht mehr Sahar erobert den Ball. Will aufs Tor zugehen. Schied sie da pfeift ab. Also, 1 zu 0. Gewinnt Newcastle auch das nächste Spiel gegen ein Londoner Top-Team. Der zweite Sieg. Sechs Punkte aus den Spielen gegen Arsenal und Chelsea. Wenn das so weitergeht, dann haben noch weitere Top-Teams Probleme im St. James' Park. Sie müssen sich halt nur konzentrieren, dass es auch gegen schwächtere Teams klappt. Das Ganze war nicht besser als die Vorstellung gegen Watford. Allerdings hat das Pressing besser funktioniert. Und das ist natürlich gerade gegen dominantere Teams wie Chelsea ein wunderbarer Weg, um zu gewinnen. Okay, ich will Glückwünsche Ayose Perez. Der hatte wenig mit dem Sieg zu tun. Der Matchwinner. Natürlich Alexander Pato mit seinem Tor. Newcastle United gewinnt überraschend. 1 zu 0 zu Hause gegen den Chelsea-Football-Club. So, Freunde. Auch das habe ich jetzt anscheinend wieder nicht kommentiert. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Ich dachte ehrlich gesagt, ich hätte es kommentiert. Aber offenbar ist das nicht der Fall. Wir gewinnen also gegen Chelsea. Das ist mehr als überraschend. Ich hätte es nicht gedacht am Anfang der Episode, dass wir hier mit 4 Punkten rausmarschieren und 3 davon gegen Chelsea holen. Also 4 Punkte, okay. Aber dann noch eher 3 gegen Watford. Gegen die haben wir es nicht geschafft. Wir müssen eventuell mal so ein bisschen in unserem Spielstil gegen die etwas schwächeren Teams ändern. Gegen die guten Teams wie Arsenal oder wie Chelsea stehen wir sehr gut da. Auch in der Tabelle. Momentan auf der Bälle hat es 5 vor Arsenal beispielsweise. Das ist ordentlich. Es funktioniert mit diesem Pressing, mit diesem hohen Druck. Da kommen die Top-Teams, die dominant spielen wollen, die Spielaufbau praktizieren. Nicht gut, klar. Aber gegen schwächere Teams wie Watford, die selber eigentlich auf Konter lauern. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Aber ich denke mal, damit haben wir ja noch ein bisschen Zeit, beziehungsweise dafür haben wir ja noch ein bisschen Zeit und können das in Zukunft durchaus mal irgendwann probieren. Haraguchi und Lex. Anscheinend ist Haraguchi doch interessant. Ich wollte gerade sagen, beide nicht interessant. Aber gut, momentan scheint Haraguchi so machen können. Wir gucken hier anscheinend nochmal nach und löschen Haraguchi. Ne, was machen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Wir machen anscheinend gar nichts gut. Dann hoffe ich einfach, dass diese Episode euch gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem Spiel gegen City. Das nächste Top-Team. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.